Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 2 und den Achievements. Heute geht es um das Achievement Mutwillige Zerstörung. Zerstören Sie in der einäugige Wanderer, das ist Jan Tschischke, alle sechs böhmischen Dörfer. Das ist die Mission 1. Alle böhmischen Dörfer, oder alle sechs halt zumindest, wird wahrscheinlich eh alle sein, sollen wir kaputt machen. Zerstören Sie Heinrich von Rosenbergs Burg. Und die habe ich mir aufgeschrieben mit einer Bewertung von 27, also als relativ einfach. Und das ist ein bisschen ermutigend auf jeden Fall für das Achievement. Ritterzeit und 75, alles klar. Und Jan Tschischke, wir waren damit ja die Böhmen. Die Böhmen waren ein Schießpulver und Müns Volk. Da habe ich leider nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie das war. Ich weiß nur, dass wir diese Husitenwagen hatten, die eigentlich ganz witzig sind, aber irgendwie trotzdem unpraktisch. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan davon, aber die waren auf jeden Fall sauwitzig und stark. Also als wir die gehabt haben, waren die schon echt cool, aber es ist jetzt nichts, was ich immer so auswählen würde als Volk. Aber es ist trotzdem nice. Und wir hatten Schmieden und Universitätenkosten weniger Holz, interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Millionen, leichte Kanonien, Ritterzeit verfügbar. Nice. Aber bringt mir jetzt auch nur so halb was? Eventuell, wer weiß. Eifer und Heiligkeit gelten für Dorfbewohner. Ja, das ist natürlich ein geiler Punkt, den vergesse ich jedes Mal, weil Eifer ist hier mehr Bewegungsgeschwindigkeit, also auch mehr Ressourcen. Sehr, 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 sehr wichtig dann für die Böhmen. Und Heiligkeit ist mehr Lebenspunkte, aber okay. Ist natürlich nice, wenn man geradet wird, aber Eifer ist schon echt sehr stark für Dorfbewohner. Ansonsten, die Haufnizen war ich nie ein Fan von, die nutze ich nicht so gerne. Ich bin aber auch nicht so ein Fan von Belagerungskanonen, muss ich zugeben. Die sind zwar immer ganz nice, aber irgendwie sind die mir, obwohl Tribocke eigentlich viel fragiler sind, gehen die mir trotzdem einfach zu oft kaputt und sind halt trotzdem irgendwie komisch zu spielen. Ich weiß nicht mal genau, warum das so ist. Könnte auch daran liegen, dass die auch die eigenen Einheiten immer anschieben. Ich weiß es nicht, irgendwie ist wie Onaga, spiele ich nicht so gerne. Also generell, die Waffenspiele nutze ich super selten irgendwie. Ich finde, Belagerungsturm ist nice, nutze ich mir gefühlt nie. Skorpion in der Masse ist auch sehr stark, nutze ich aber nie. Onaga können verdammt stark sein, gegen KI ist aber nutzlos, weil die halt extrem gut micromanagen. Rammen finde ich immer ein schwieriges Ding, weil eigentlich finde ich Rammen, wenn die Belagerungsrammen sind, sehr geil. Alles davor, also Rambock und Sturmbock, nicht so geil. Obwohl das eigentlich nicht so ein Riesenunterschied ist, außer natürlich von den Lebenspunkten, aber gefühlt sind die deutlich, deutlich stärker. Also deutlich, deutlich, deutlich. Können auch im AOE Schaden liegen, wer weiß. Und Elefanten bin ich eh nie ein Fan von gewesen. Also schwer zu sagen, aber die Haufenies werde ich nicht nutzen. Ich wollte dich auch nur mal nebenbei erwähnen, ist ja egal. So, Kavallerie ist nicht so gut drin, das heißt, wir gehen auf jeden Fall natürlich hier, weil Sperrkämpfe und Weiterentwicklungen plus 25% Bonusschaden, was natürlich nice ist. Das heißt, wir gehen definitiv auf die Helibadiere plus Handkanoniere. Ist eine schöne Kombination, hatten wir auch schon Ewigkeiten lang nicht mehr gemacht. Und Schießpuffereinheiten bewegen sich schneller und so weiter, bla 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 bla. Und Husidenreformen, Klostertechnologien kosten Nahrung statt Gold, ist auch sehr nice. Märkte arbeiten schneller, ist auch fett, aber ich bin jetzt gerade nicht sicher, wofür jetzt genau Märkte jetzt steht, weil Marktkarren sind das ja nicht. Was meinen die jetzt mit Märkte? Hä? Meinen die jetzt einfach die Produktion für Marktkarren ist schneller oder was? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Spanien zusammen sollen die wohl ganz gut sein. Wer weiß. Naja. Dieser Rosenberg-Abschaum herrscht aus ihrer Zitadelle im Süden über diese Region. Wir werden sie niederreißen, Stein für Stein. Ich bin ehrlich, wir machen direkt einen Speicherstand, wo der nicht die gleichen Text nochmal gleich sagen wird. Und jetzt sind wir mal ganz frech und machen wieder Marco Polo. Weil wir sind in der Achievement-Reihe und da ist das wie gesagt natürlich vollkommen fair. Wenn ihr wissen wollt, wie ich auf die Mission reagiert habe, guckt euch die Folge dazu an. Plündert unsere Feinde, damit wir an ihrer Stelle essen können. Das war die 178 übrigens. Ja, hier haben wir ein böhmisches Dorf. Was habe ich denn damals nicht kaputt gemacht dann? Ich habe, wir ignorieren natürlich jetzt den Gegner hier komplett, auch wenn der jetzt nicht so stark aussieht irgendwie. Im Gegenteil sogar. Die sehen sogar alle ziemlich schwach aus. Noi. Hier ist eine Morktablöds. Hier ist eine Kaserne und extrem viel Nahrung. Holy moody. Also machen wir zuerst natürlich das Ding. Ich komme aber irgendwie... Das kommt mir so verdammt bekannt vor, diese Mission. Holy shit. Aber übel bekannt kommt mir die vor. Oh, hier muss man mit dem Transportschiff hin. Aber das habe ich aber auch gemacht, weil ich hatte die damals genutzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist sogar noch ein Kloster links. Natürlich, wenn du hier auch erkunden kannst. Holy shit. Richtig nice. Okay, dann machen wir es so. Das Camp. Das da. Nahrung sammeln hier. Krass. Dann machen wir das Camp und das Camp hier, weil die sind beide schwach. Wobei wir mit dem hier anfangen können. Den können wir nämlich mit den Rittern gut überrennen. Nice, nice, nice. Und das hier ist natürlich mit Gold ganz nett. Ich sehe eine Wölfe. Kodos. Okay. Dann machen wir es so. Wir machen zuerst das Camp, dann das da, dann das da. Dann sammeln wir Nahrung hier. Dann ist das schon mal gut und fertig hier, ne? Dann gehen wir hin und killen das Ding hier. Einfach, damit wir es schon mal haben und dass dann diese Insel fertig ist. Dann gehen wir hier rechts hin, killen das Ding komplett. Wenn das fertig ist, gehen wir hier links hin. Gehen das Ding kaputt machen. Gehen hier zum Kloster. Gehen da runter. Und gehen hier dann über die Insel rüber. Schön. Okay. Alles klar. Einmal neu starten. Sehr, sehr nice. Jetzt haben wir doch einen Rechentext nochmal. Egal. Dieser Rosenberg-Abschaum herrscht aus ihrer Zitadelle im Süden. Musst ihr überleben? Nein. Hier werden sie niederreißen. Stein für Stein. Okay, äh. Dann machen wir es so. Infanterie schneller. Und dann machen wir gleich ein paar Helabardiere. Wir benötigen Ressourcen, um unsere Armee zu versorgen. Plündert unsere Feinde, damit wir an ihrer Stelle essen können. Wir können auch gerne unsere Feinde essen. Das ist auch ein guter Punkt. So, erstmal ganz und so alle fertig machen. Wenn dein Scout stirbt, scheißegal. Juckt keinen. Ihr seid wirklich außergewöhnlich, Jan von Trotznov. Ich werde eure Taten mit großem Interesse verfolgen. Der Gute ist so cool. Ihr könnt doch ihn hier töten. Ich meine nur, es wäre hilfreich. Diese Siedlung wird uns nur mit wenigen Vorräten versorgen. Doch wenn die Not groß ist, können wir sie niederbrennen und die Vorräte an uns reißen. Das war bestimmt der Punkt damals. Das war bestimmt der Punkt. Ich habe die bestimmt da gelassen, damit die, äh, hier Dingsen, ihr wisst schon, was ich meine. Und so. Ja? Unsere Sourcen schicken und so. Hallo. Safe war das der Punkt. Achso. Wir sind nur der Soldaten. Okay. Müsst ihr wissen. Interessant. Und hier oben müssen wir Kühe grasen lassen. Das war, das waren so geile Missionen, die DLC. Nein. Erstmal das da, dann das da, Jungs. So, ihr könnt jetzt wieder die ganze Zeit weitergehen. Ihr seid ein langsame Trupp. 30 Einheiten, easy. Ihr geht jetzt das da töten. Das sind ja nur ein paar Cavalry-Einheiten und Fernkämpfer, die müsst ihr eigentlich easy schaffen. Ihr seid zwar keine Konter gegen die Fernkämpfer, aber ihr seid zumindest stark genug, dass ihr die auf jeden Fall easy besiegen solltet. So, noch kurz die Felder kaputt machen, weil es immer schön ist, wenn alles zerstört wird. Und dann könnt ihr auch direkt nach links gleich kurz weitergehen. Dann trennen wir unsere Truppen eben so ein bisschen. Ey, nicht mal Damage genommen. Alter, haben die die auseinandergenommen. Doch einer hat Schaden gekriegt. Wo ist denn der jetzt hier? Da, da ist er. Der hier. Versager. Oh, es schießt. Diese Siedlung wird uns nur mit wenigen Vorräten versorgen. Doch wenn die Not groß ist, können wir sie niederbrennen und die Vorräte an uns reißen. So, mach kaputt. So, wir haben da was zu tun. Wir gehen jetzt hier links weiter. Einmal kurz da rüber gehen. Wunderbar. So, wir haben uns ganz viel Nahrung übrig, aber damit kann ich leider nichts anfangen, solange wir nicht irgendwie einen anderen Rohstoff haben. Und einer von euch kann bitte mal ganz kurz da oben einlaufen, damit wir uns da ein bisschen Nahrung selber holen können dann. Wunderschön. Sehr gut. Ja, ansonsten müssen wir gleich noch ein paar Forschungen machen. Doch, ich kann das hier noch machen. Klar. Ja, natürlich. Das ist eventuell auch. Dafür müssen wir Schaden. Immer gut. Ansonsten haben wir eigentlich nichts, was ich machen kann, da. Ist ja auch egal. Oh, hoppala. Das sind Pekinierer. Die habe ich leider, äh, ignoriert. Ah, schade. Egal. Wir können diese Gebäude nutzen, um unsere Plündererbanden zu unterstützen. Macht das. Beschützt diesen Markt. Einen weiteren gibt es nicht. Okay, cool. Dann machen wir den hier mal ganz kurz. Und gönnen uns mal ganz kurz ein bisschen mehr davon. Ich verabscheue den Mord an Unschuldigen. Aber wir benötigen diese Vorräte, um unsere Kampfkraft zu erhöhen. Direkt 10 Fischkutter. Easy. Ressourcen müssen reinkommen. So, ihr macht das bitte da eben noch ganz kurz. Alles kaputt. Super. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier auf Forschungen. Ich würde natürlich jetzt sagen, wir machen erst die Fernkämpfer stärker. Das ist wichtiger. So, ihr könnt dann zusammen... Aber ihr seid jetzt relativ schwach unterwegs, ne? Weiß nicht, ob ihr das hier schafften könnt, aber probiert es mal aus. Spielt jetzt auch nichts dagegen. Sehr nice. Ansonsten machen wir noch mal ganz kurz ein paar Fernkämpfer hier rein. Ein bisschen geht ja noch, ne? Ressourcen alle leer. Schön. Ach, hier waren Kühe, genau. Wir können diese Kühe nördlich von unserem Lager grasen lassen. Ihre Milch wird unseren mutigen Kämpfern Kraft geben. Wölfe? Ich weiß nicht, was uns das bringen soll, aber die stehen halt doof da rum. Also, gönnen wir uns das. So, und zurück, bitte. Habe ich die Kuh verloren? Wie habe ich denn das gemacht? Das ist eine Frechheit. So, ihr geht bitte mal einfach kurz die Kuh beschützen. Hat da was zu tun? Ja, die war einfach da drinnen am Stehen. Ja, macht auch Sinn, ne? So, Top 2 ist jetzt... Kleiner? Achso. Ich dachte ganz, ganz schon. Wie kann der kleiner sein als vorher, lol? Wir können diese Kühe nördlich von unserem Lager grasen lassen. Ihre Milch wird unseren mutigen Kämpfern Kraft geben. Weiß ich doch, mein Freund. Weiß ich doch. So, die sammeln da ganz unmütlich. Ja, passt so, ne? Mach ich ja nur, um die nicht irgendwie geklaut werden oder so'n Scheiß. Mann, weiß ja nie. Aber läuft bis jetzt echt super. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Cool. Das nächste Camp, bitte. Bringt's hier um. Machen wir mal, Freund. Machen wir. Was soll das? Doch mehr Ratten, die unsere Vorräte plündern? Aufsattel, meine Ritter. Dagegen werden wir etwas einzuwenden haben. Ich verstehe. Muss er wissen, ne? Muss er wissen. So. Ah, ihr wird schön gesammelt. Nice. Nice, nice, nice. Egal, passt. Piekst sie weg. Macht sie nieder, immer wieder. So, noch ganz kurz das hier machen. Dann hat es hier die Infanterie stärken gleich. Das hab ich mich auch noch vergessen. So, ihr seid mal ganz kurz hier auf Sendepause. Und hier sammeln wir ganz kurz ein paar neue Einheiten an. Passt. Erstmal ganz jetzt Rüstung. Ist immer wichtiger als Eingriff. Ihr seid euch mit Ruhm, ohne überheblich zu werden, Jan von Trotznov. Nun gehörte doch eure Armeen mit dieser Ausrüstung. Diese Siedlung wird uns nur mit wenigen Vorräten versorgen. Doch wenn die Not groß ist, können wir sie niederbrennen und die Vorräte an uns reißen. Hört ihr Ratten das Stampfen der Stiefel und das Donnern der Hufe? Meine Armeen werden kommen und euch wie ungeziefert zerquetschen. Finde ich jetzt ein bisschen unhöflich. Aber ich meine, musst du wissen letzten Endes, ne? Ich meine, ist deine Sache. Aber ich stehe jetzt nicht auf die totale Vernichtung, sagte ich, während ich gerade hier das Dorf einreißen soll. Mr. Heinrich von Rosenberg. Ah, wobei, da ist jetzt der Eingriff. Ja gut, ist ein bisschen zu wenig, ne? Aber war sogar das Camp hier stärker. Ah, da kommt noch ein bisschen was. Der Adelsbund. Ja, geht aber eigentlich. Ach komm, dann klicken wir halt nochmal hier im Kreis. Okay, jetzt kommen wir tatsächlich ein paar Fern- äh, Nahkämpfe doch an. Äh, mein Gott, ein paar Gieten an. Easy. Easy. Verkämpfen. Ich biete diese Kämpfe als Zeichen meiner Gunst an. Ach, guck mal an. Wir sollen Feuer und Verderben unsere verräterischen Feinde heimsuchen. Ich verabscheue den Mord an Unschuldigen. Aber wir benötigen diese Vorräte, um unsere Kampfkraft zu erhöhen. Ich bin ehrlich. Irgendwie finde ich ein bisschen wenig Holz gerade dabei, ne? Weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber irgendwie kriegen wir null Holz. Hätte ich mal ja nicht so viele Schiffe gemacht. Das kannst du ja vorher nicht wissen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, aber hey, was soll's. Ist ja egal. Aber für immer viel Nahrung, ne? Muss man auch dazu sagen. Verkauft man ein bisschen was von hier. Ich meine, wir können auch nicht Nahkämpfer machen, sowas nicht, ne? Aber muss ja alles nicht. Macht uns das Gebäude kaputt, dann sind wir hier auch schon mal durch. So, wunderbar. Dann alle mal bitte vorwärts hier. Dann geht's jetzt in diese Richtung hier. Kriegen wir schon alles irgendwie hin, da jetzt ohne Verluste durchzukommen, oder? Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. So, eine große Formation. Und ganz hinten an Jan Zischka. Sehr schön. Weißt du, wenn das Pathfinding im Spiel immer noch ein bisschen komisch ist, hier und da, muss man trotzdem sagen, dass die Formationslogik, die in dem Spiel stattfindet, einen der besten aus dem Strategiespielbereich ist. Also muss man aber auch irgendwie ein bisschen loben, ne? Bin ich ja ehrlich. Guter Hilz, bin ich ja ehrlich. So. Mach das. Vorsicht, mein Freund, du stirbst gerade. Sehr schön. So, meine Freunde. So, erstmal willst du dir das Ding kaputt machen, dann das da, 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 das da, das da, das da, das da, das da. Schade. Bravo, Jan Zischka, bravo. Nehmt dieses Gold, um damit einige Seltner anzuheuern. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber geht alles schon. Nein, er wird getötet. Er wird sterben. Ein HP. Ich pack's nicht, Junge. Ich verabscheue den Mord an Unschuldigen, aber wir benötigen diese Vorräte, um unsere Kampfkraft zu erhöhen. So, hier rechts war zwar nichts, aber... Ich mach ja schon mal Ritter, wenn das so weitergeht hier, ne? Ich mein ja nur, ist ja lächerlich. Aber waren die nicht auch irgendwo Kühe? Ich glaub, da, also unten war ein Safe-Wächer, aber waren hier rechts auch welche? Ich weiß es gerade nicht. Bei Wänden können wir die noch immer ganz kurz mitnehmen. Bisschen geschenkte Nahrung nehme ich gerne mit. Oh, ist es kaputt? Wir können diese Kühe nördlich von unserem Lager grasen lassen. Ihre Milch wird unseren mutigen Kämpfern Kraft geben. Ja, ja. Okay. Hallo. Das mit dem Holz ist ein bisschen ärgerlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich hier nur fünf Schiffe gemacht und hätte ich den Rest in Einbruchschützen reingesetzt. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, noch mehr Holz zu kriegen. Abgesehen natürlich von den Dörfern, die mir Ressourcen geben. Hoffe ich jetzt einmal. Es wäre sonst sehr, äh, ärgerlich. Ja, ich mein, ansonsten müssen wir halt einfach 30, 40 Ritter machen. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber wäre halt entgegen dem, was ich eigentlich spielen wollte. Wäre halt einfach, äh, nicht mal enttäuschend. Das ist... Das falsche Wort. Ist zwar gerade ein bisschen reingeopfert hier, aber wird schon funktionieren. Na, war nicht so smart, bin ich ehrlich. Egal. Oh Gott, der Kasseter war übel. Mach's gut, mein Freund. Holy shit. Ja, war ja nur so ein paar Leute, ne? Ist ja kein Problem. Vorsichtig. Oh Gott, Junge. Ja, ist jetzt nicht ganz so gut, bin ich ehrlich. Ja, okay. Ich bin jetzt schon fast ein bisschen darauf angewiesen, irgendwie. Wobei, kommt ihr mal bitte ganz kurz zurück. Junge, aber auch, die Kür sind es echt nicht wert. Ja, dann bin ich ehrlich. Auch wenn ich das eigentlich nicht machen wollte. Aber dann ziehen wir jetzt einfach mit den Rittern durch. 30 Stück. Aber das ist eigentlich irgendwie... Das... Weiß nicht. Ich mach mal so, dann können wir uns doch einige Armbrustschützen machen, wenn wir doch was kriegen. Weil ich kann jetzt ja nicht nur Holz kaufen. Das ist ja auch Quatsch, irgendwie. Vor allem, weil es so teuer ist. Wäre halt Schwachsinn. Oder? Das war ein Fehler. Oder? Ja, hier rechts war irgendwie alles ein bisschen schlecht. Also das Lager erobern gut, aber... Ab hier lieb Kacke. Da hab ich irgendwie meine Einheiten komplett reingeschissen. Äh, ist jetzt frech. Ist nicht in Ordnung. Ich kann natürlich noch ganz viel für den leichten Kavallery mit reinmischen, so ist es nicht, ne, aber... Das ist doch irgendwie schade, weiß nicht. Also, so null Holz. Hm. Naja. Ich hätte mein Name jetzt hier nicht kämpfen lassen sollen. Das war ein bisschen verschwenderisch. Ich dachte, die Armbrustschützen können eventuell einen Ritter one-shotten, weil die waren ja 17. Leider nicht ganz so. Aber dann hätte es eventuell funktionieren können. Was soll ich jetzt eigentlich mit dem Marktplatz? Ich mein, klar, ich kann Nahrung verkaufen, aber... Das hilft mir jetzt auch nur so bedingt irgendwie, muss ich zugeben. Ja, okay. Ich hab mal so ne ganz doofe Frage. Wo sind... ...die anderen Ritter? Wobei, ne. Ne, es passt, es passt. Ich hab nur 20, nicht 30 gemacht. Ich hab die ja wieder rausgenommen. Alles gut. Hab nichts gesagt. Hm. Wie schade. Ich hätte mir in der Mee jetzt nicht so sinnlos verlieren dürfen. Das war ein bisschen doof. Ich muss aber auch zugeben, ich hatte die Angriffe, wären auch ein bisschen, äh, mehr, als jetzt nur diese kleinen Truppe hier. Hätte ich erst gewusst, hätte ich die auf jeden Fall weggenommen. Ah ja. Wieso kraft ihr jetzt mich an? Was soll denn das? Das ist ja üppels Quatsch. Boah, dieses rechte Camp hier war echt katastrophal. Scheiße. Ich hätte einfach die, direkt die, also die, also ich hätte die Einheit misshelfen sollen. Naja. So, ist gut, Leute. Ein, zwei, vielleicht draufgeben, ist egal. Wobei, muss ja nicht gezwungen sein hier, ne? Nun gehörte doch eure Armeen mit dieser Ausrüstung. Sturmbock entwickelt. Ja, okay. Danke. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, muss ich zugeben, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Äh, ich, ich finde das irgendwie Hardcore-Nervig, muss ich zugeben. Mir fehlt jetzt einfach irgendwie, so, mein Plan ist jetzt einfach, ich bin jetzt mit einem Infanterie- und Fernkampfvolk gefühlt, bin ich jetzt auf Kavallerie gezwungen. Das will ich gar nicht. Mann. Naja, gut, dass ich wenigstens die Forschung reingenommen habe. Passt ja. So ein Quatsch. Dann gehen wir jetzt mal den Linken-Punkt holen. Ich wette, mit euch hätten wir die Camps hier, äh, hier schön gelassen. Die hätten uns schon schöne Ressourcen gegeben. Das wäre deutlich besser gewesen, glaube ich. Das waren nicht viele Ressourcen, aber wäre besser gewesen. Und die Fische hier, bin ich auch ehrlich, du, da hätten fünf Fischkutter easy gereicht. Das habe ich bestimmt, aber ich wette mit euch, das habe ich damals auch schon gesagt. Scheiße. Na ja. Warum retten der jetzt wieder alleine hier? Jung, was soll das? Mr. Ulrich von Jungingen. Okay. Ja, ein bisschen können die noch sammeln, so ist es nicht, ne, aber, hm. Es ist auch relativ kontant hier alles gegen Kavallerie, ne? Also jetzt nicht alles, aber Skorpion in der Masse jetzt hier so reinballern lassen, tut auch schon weh. Die Pikiniere werden auf jeden Fall ein paar Kills rausholen. Ich schätze Männer, die selbst unter widrigen Bedingungen tapfer kämpfen. Wow. Ich biete diese Kämpfe als Zeichen meiner Gunst an. Nun sollen Feuer und Verderben unsere verräterischen Feinde heimsuchen. Finde ich geil, die Units, danke, aber kann ich leider nicht nutzen. Das wäre natürlich cool, wenn die jetzt freigeschaltet wären, ne? Das wäre natürlich richtig nice. Hört ihr. Das Stampfen der Stiefel und das Donnern der Hufe? Meine Armeen werden kommen und euch wie ungeziefert zerquetschen. Diese Siedlung wird uns nur mit wenigen Vorräten versorgen. Doch wenn die Not groß ist, können wir sie niederbrennen und die Vorräte an uns reißen. Was jetzt nochmal angreift, ist natürlich ein bisschen miserabel, bin ich ja ehrlich. Machen wir nochmal ganz kurz ein paar mehr. Weil ich darauf so angewiesen bin jetzt hier auf Kavallerie, das ist wirklich super scheiße. Wir können diese Gebäude nutzen, um unsere Plündererbanden zu unterstützen. Ja, wir können hier mit heilen, das ist nice, aber... Also ja, ist schon hilfreich, aber weiß nicht. Hilf mir jetzt auch nur so bedingt irgendwie. Achso, loll, da ist ein Bogenschutz, habe ich gleich gesehen. Ist mir nicht aufgefallen. Ich verabscheue den Mord an Unschuldigen. Na danke. Aber wir benötigen diese Vorräte, um unsere Kampfkraft zu erhöhen. Da haben wir 25. Und dann müssen wir dann noch ein paar Nachkämpfe machen. Was sind 20? Das ist doch eine schöne Mischung. Das passt doch. 20 und 20. Das ist schön. Danke. Wichtig und richtig hier. Da ist nichts. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Das letzte ist nur noch das hier unten. Das heißt, hier war jetzt eigentlich nur noch Produktionsstätte. Ansonsten nichts Relevantes außer grüne Gegner. Dann stellt ihr euch bitte mal ganz kurz hinten in die Ecke. Wir machen einen Mönch da rein, der die ganze Zeit immer heilen kann. Dann passt das ganz kurz. Und hier werden wir ganz kurz den Angriff ab. Also ich bin doch zufrieden, muss ich zugeben. 1, 2, 3, 4. Wir fehlen zwar schon wieder Ressorten. Ich meine, wir könnten natürlich auch Schwertkämpfe machen. So ist nicht, aber... Weiß ich nicht jetzt, oder? Weiß ich nicht. Dann doch lieber Ritzer. Ja, hier kann er gerne jetzt zerstören. Das ist mir egal. Bringt ihm jetzt eh nicht so viel. Ach, lol. Die will ich gleich jetzt eh in die Kür. Eure Heiligkeit, hallo? Ist ja ein solider Angriff, muss ich zugeben. Gute Kavallerie. Einige Schwertkämpfer. Nicht schlecht. Ja, die Heilung läuft auch okay. Nice, nice, nice. Ja, müssen wir halt mal kurz warten. Lief dir nichts. Aber ich sehe auf jeden Fall die Schwierigkeit daran, wenn man die Gebäude zerstört, statt sie intakt zu halten. Ich sehe, warum das ein kritischer Punkt ist. Ja, aber ansonsten sind wir hier Holz bekommen. Hier wahrscheinlich Nahrung. Da Nahrung. Gold. Und Gold. Und dann ist das letzte unten wahrscheinlich Holz. Haben wir zwei von jedem. Na, macht alles auf jeden Fall Sinn. Wir lassen mal ganz, dass wir die Kavallerie mit rüberlaufen. Weil mit 23 sollten wir auf jeden Fall auch hier unten das zerstören können dann, das Camp. Da sind hier, glaube ich, eh Mangen gewesen. Das ist eh zu praktisch. Ach, wir sind jetzt echt voll. Oh nein. Ja gut, ne? Ich hab da wenigstens was zu tun, da jetzt rechts. Ich meine, bei dem Trupp ist eigentlich das Einzige, was gefährlich ist, sind tatsächlich die Schwertkämpfer, weil die unsere Pikiniere zerstören. Aber die Kavallerie dürfte ja eigentlich nicht rankommen, solange wir Dingens haben hier. Ist eigentlich entspannt. Alles voll gehealt. Sehr schön. Einmal sammeln, bitte. Laufen die jetzt eigentlich schon vor? Ja, machen sie sogar tatsächlich. Wenn die jetzt ihr Ziel erfüllt haben und hin und her laufen, machen die das dann trotzdem? Oder bleiben die einfach stehen dann? Ach, die machen das dann aber neu dann. Ist ja witzig. Hab ich auch noch nie getestet, glaube ich. Wir speichern nochmal ganz kurz, weil ich bin sehr zufrieden, wie es gerade läuft. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Jo, ich dachte... Ja, guck mal, ein Handelshöf. So, einmal aufreihen, alles zerstören. Mach ruhig kaputt hier. So, Leute, schön. Mach kaputt. Das war ein Handelshöf. Also, ich finde, Wirtschaftsgebäude war das definitiv. Gibt mir trotzdem nichts, ne? Ach, schade. Oh, da stellen wir gerade einheiten. Ach, guck mal an. Oh, das lief doch gut hier. Nice. Ja, ich habe da. Stark. Sehr gut, Leute. Hier müssen jetzt die zwei, äh, drei Kampfgebäude sein. Genau. Ja, 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 ja. Das könnten wir natürlich tun. Oder wir gehen jetzt einfach ins Schiff rein, da unten. Und für die Peace in uns. 20, das ist gut. Na komm, rein da. Ah, gut aufgeteilt, aber. Es ist nicht perfekt, aber... Ist okay. Wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn so ein Schiff untergeht. Also, bitte nicht. Ansonsten kurz unten landen. Ding zerstören. Easy. Sehr nice. Alle gelandet. Ohne Probleme. Mein Ernst? Hm, Wolfsbrett. Das war auch einer der legendärsten Sätze damals aus Age of Empires, ne? Wenn hier John the Metz und sowas in der ersten Mission von Johanna von Ollion dann die Rehe sehen, dann... Hm, Wildbrett. Au. Das war ein perfekter Hit, Alter. Holy Moly. Der hat gut reingezwiebelt. Hört ihr Ratten, das Stampen der Stiefel und das Donnern der Hufe? Ich glaube, mehr Schaden. Mehr Schaden. Und euch wie ungeziefert zerquellen. Hättet ihr den nicht machen können. Das war echt der perfekte Hit, ohne Witz. Holy Shit. So, kaputt. Rups. Rups. Da gut. Ich werde einen verlieren, oder? Bravo, Jansziska, bravo. Ne. Nehmt dieses Gold, um damit einige Säldner anzuheuern. Diese Siedlung wird uns nur mit wenigen Vorräten versorgen. Doch wenn die Not groß ist, können wir sie niederbrennen und die Vorräte an uns reißen. So, kurz mal töten gehen. Ach, die Bauern werden zu Soldaten. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh mein Gott. Hä, wieso hab ich das nicht gesehen? Lol. Sehr schön. Und kaputt. Na komm. So. Die, die, ding. Müsste jetzt kommen. Ich verabscheue den Mord an Unschuldigen. Aber wir benötigen diese Vorräte, um unsere Kampfkraft zu erhöhen. Haben wir offensichtlich geschafft. Mhm. Finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Bin ich ja ehrlich. Ich fühl mich grad wieder ein bisschen gescammt hier, aber... Okay. Was soll das jetzt genau? Das hat das letzte Mal schon nicht so funktioniert. Wieso klappt das jetzt wieder nicht hier? Das ist nicht in Ordnung. Finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ich hab doch offensichtlich jetzt alle Dörfer zerstört. Sogar fast restlos. Außer die Mauern. Wieso zählt das denn nicht? Weil ich zwischengespeichert hatte oder was? Das wäre ja sinnlos wie sonst was. Das verstehe ich nicht. Hab ich irgendwas falsch gemacht jetzt? Zerstören sie alle 6 München Dörfer oder kommt das erst, wenn ich das wieder gewonnen hab? Kommt ja auch manchmal vor, aber... Wäre halt trotzdem irgendwie komisch. Weiß ja nicht. Naja. Machste nichts, ne? Wir machen mal ganz kurz für den Fram. Ich meine, wir gewinnen das halt einfach irgendwie ganz kurz. Okay. Ja, hätte besser laufen können. Das ist jetzt auch nicht so schlecht gelaufen. Passt schon. Wir machen den Rest ganz kurz in den Armbrust schützen. Und dann machen wir einfach noch ein paar Schwertkämpfe dazu. Weil die sind nicht so teuer. Können wir uns eine Masse von ansammeln. Weil das ist okay. Wobei, das war Quatsch. Weil wir müssen warten, bis die Rahmen fertig sind. Ja. Naja. Naja. Weiß ja nicht. Aber ich werde halt schon wieder reingetrollt hier. Ich hab schon wieder das Achievement geschafft wie letztes Mal. Und trotzdem zählt das hier dann nicht. Was soll denn das? Ich weiß, kann doch nicht sein. Ich hab doch jetzt... Was soll denn das? Das kann ja wohl nicht daran liegen, dass ich speichere, oder? Weil es wäre halt übelst frech. Weil die können ja nicht von dir verlangen, dass du nicht speichern darfst. Das hat doch sonst auch nie so funktioniert. Hm. Oder hab ich jetzt irgendwas drüber sehen? Ey, yo, Mr. Jischka. Können Sie doch bitte nochmal ganz kurz hier... den komischen Kackwichter ablaufen? Danke. Da waren auf jeden Fall noch irgendwo grüne Patrouillen. Deswegen gehen wir nochmal ein bisschen vorsichtiger vor. Aber... Wird schon passen. Ja, der ist halt durch, ne? Der auch. Mhm. Der dann entscheidend auch. Und die beim jetzt auch sterben. So, die beiden noch. Das passt. Du kannst es wieder oben sammeln gehen. Erstmal da, dann da. Habt ihr beide was zu tun? Noch kurz, bis es leer ist. Und das ist gut. Der heilt noch ganz kurz. Hm. Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Äh, das sind dann 69, 72. Geil, ich kann mir drei Stück holen. Boah, Junge. Ja, naja. Was soll ich sagen, ne? Wenn es gleich nicht reinploppt, das Achievement, dann weiß ich halt auch nicht. Weil ich hab ja offensichtlich alle kaputt gemacht. Jetzt schief in 5, dass wir nach oben holen hier. So, zack. Tja, ja. Tja, ja, ja, ja. Tja, ja, ja, ja. Tja, ja, ja, ja. Tja, ja, ja. Tja, ja, ja. Ah, hallo, Jishka. Was macht der denn jetzt hier? Ein Scout kommt angerieten. Und... Fire everything. Hört ihr Ratten das Stampfen der Stiefel und das Donnern der Hufe? Meine Armeen werden kommen und euch wie ungeziefert zerquetschen. Ach, wie gern ich jetzt wüsste, woran das jetzt gelegen hat, Mann. Letztes Mal war das Spiel neu gestartet, dann ging's plötzlich, weißt du. Aber das kann ja wohl nicht sein, oder? Das fände ich irgendwie ein bisschen sinnlos, weiß nicht. Ich glaub nicht, dass das der Fall ist. Okay, da sind halt Kühe. Wahnsinn. Ey, nicht schießen. Hallo? Könnt ihr mich bitte mal nicht davon beeinflussen, sondern da entfahren, wo ich euch das sage? Eine Frechheit. So, hier kommen wir auf jeden Fall gut vorbei, theoretisch. Bringt uns das irgendwas? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber wir könnten ja sogar landen. Ah, okay. Naja. Ob das so relevant ist, ich weiß ja nicht. Schön. Da kommen sie alle angelaufen. Also, ist auf jeden Fall eine gute Masse an Soldaten, die wir jetzt haben. Das ist schon mal okay. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Danke. So, dann gehen wir mich mal mit denen alle hier hin. Wunderbar. Abo da. Abo da. Leute, schön zusammenlaufen. Ganz gemütlich. In einer Gruppe. So ist das Fall. Also, die Mission an sich ist eigentlich ganz okay, ne? Muss ich sagen. War schon ganz cool damals. Aber das jetzt zum zweiten Mal vorkommt, dass ein Achieve mit nichts reinploppt, wenn wir es gemacht haben, wie auch letztes Mal mit dem Kein Pardon. Und ich halt nicht weiß, woran das liegt. Das wäre ein bisschen nervig, wenn das die ganze Zeit so sein sollte. Ja, der kann ja ruhig da oben kämpfen. Das soll mir erstmal recht sein. Die Schiffe sind ja eh durch. So gesehen. Hm. Wir haben schon eine gute Masse der Soldaten zusammen, muss ich zugeben. Ist schon stark. Müssen sie sich nur ein bisschen beeilen, bitte. Ramböck und Mönche. Geil, Mann. Das freut jede Armee. Gehen wir kurz gucken. Das sind bestimmt noch Kühe gewesen. Na, keine Ahnung. Ich dachte, hier wären noch Kühe gewesen. Hab ich wohl falsch in die Rienerüge. Gleich sind sie da, die guten. Leichte Karparnerie. Drei, zwei, eins. Schuss. Ich liebe es ja, wenn die so einen kompletten Vernichtungsschlag da raushauen. Ano, pane. Ano, pane. Ja, während er sich dann noch ein bisschen begnügt in die Palisaden können wir ja schon mal reingehen. Ich spreche natürlich trotzdem noch mal hier rein, ne? Ich meine, ich gehe noch mal auf den letzten, weil der ist jetzt eh vom Punkt her nicht weit weg hier. Dann mal bitte rein, meine Freunde. Dann mal bitte rein. Ist das quatschig irgendwie jetzt? Also, wenn es gleich nicht reinkommt mit dem Entschiefen, dann müsst ihr halt einfach laden, so lange, bis es wieder funktioniert. Aber das wäre halt irgendwie schade, wenn es jetzt wirklich nur, weil es verbuggt ist. Oho. Nein, gerade auch ich auch nicht, ihr vornidioten. So, war ein guter Schlag. Immer schön rein da. Belagerungsingenieur. Nett. Oh, schade. Wachen. Bringt alle Überlebenden ins Verlies. Bald werden in den Zellen die süßen Klänge gequälter Schreie zu hören sein. Euer irrer Sadismus hat nun ein Ende, Heinrich. Ich bin hier, um euch ins Fegefeuer der Hölle zu schicken. Macht ihr mal. Macht ihr mal. Gönnt euch, was auch immer ihr wollt. Die Burg wird mal sogar so schon zerstören, tatsächlich. Bitte gar nichts entgegenzusetzen. Ist ja witzig. Das war ein verdammt Meister-Hit. Nicht schlecht. Bin ehrlich, ist gut, was er macht. So, bitte rein, Leute. Einfach durchrennen. Jawohl, noch ein bisschen die paar Ritter rausholen hier. Und rein da. Skorpion kaputt. Ja, das Transporte wäre natürlich auch sehr hilfreich gewesen, aber brauchst du eigentlich gar nicht. Und Burg ist kaputt. Verdammt, du Thor. Doch ich habe die Burg längst verlassen. Er freue dich, eine Qualität zu üben. Tja. Das ist ein bisschen tödlich für euch, Jungs. Geht irgendwie weg, auch wenn es egal ist. Die Gerechtigkeit wird euch jagen, Heinrich. Lauft, solange ihr noch könnt. Aber doch gekriegt. Ich weiß nicht, also... Ich finde es schwierig. Pass auf. Meiner Meinung nach sollten die Chief Milzen mal dann kommen, wenn du sie auch geschafft hast. Dass es halt erst nach Abschluss der Mission kommt. Okay, ich verstehe, dass das natürlich auch mal so gemacht sein kann. Aber es ist halt trotzdem frech, weil man das Gefühl die ganze Zeit hat, man hat es halt nicht geschafft und man muss den ganzen Quatsch mal neu machen. Das wäre halt ärgerlich. Bin ich ehrlich, das sollten die definitiv ändern. Naja, ist ja auch egal. Aber hat zumindest funktioniert. Das ist dann wieder ein Motivationsaufbau und bin ich ehrlich. Ja, und beim nächsten Mal müssen wir dann in, also töten sie William Wallace in Schottenhammer, bevor Robert Bruce sie verrät. Ja. Wenn wir jetzt wissen, welche Kampagne das ist, ne? Ich meine, das müsste theoretischerweise ja eigentlich bei Edward Longshank sein. Hammer der Schotten. Schottenhammer. Ja, okay. Cool. Das ist wieder die letzte Mission dann. Das wäre das nächste jetzt schief, wenn wir was machen. Maleus Scutorum. Bin mal gespannt, ob das dann irgendwie schwierig ist. Ich gucke mich gerade schon nach rechts, ob ich da, wie schwer die Mission war. Hä, habe ich nicht William Wallace ge... Ach, nee, bevor er uns verrät. Ah ja, okay. Ich wollte schon sagen, weil den habe ich doch damals getötet. Safe. Warte, das hier ist jetzt Edward Longshanks. Ach, der war sogar noch vor Dawn of the Dukes. Das war Lords of the West. Genau. Und das war die fünfte Mission. Hammer der Schotten war 62. Eine etwas schwerere Mission. Habe ich aufgeschrieben. Okay, cool. Ja, die ist auf jeden Fall jetzt nächstes dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.